Der Aufpasser meines Jungen, meines Kindes, will anscheinend diesen unschuldigen Händler angreifen. Ich weiß nicht, was ihnen geraten ist, aber vielleicht haben wir den falschen Mann gewählt, um auf unser Kind aufzupassen. Danke für das Geschäft. Man sieht sich. Ja, naja. Lauft besser. Stupelruine. Ach, da geht's wahrscheinlich wieder ab, gleich, wenn ich da lande. Japp. Pass euch diese Armee hier an. Einer wurde Feinde in die nächste. Kampfmaschinen, Kampfmaschinen. Ich hab was für euch. Oh. Kampf. Freeze, mother. K��iker für euch. Ich hab los. O Kath. Koppifer für euch. Ja, ich hab dochgen. Das ist Good. se Mal. lak Mal. Tingle. Ja! Das ist ein gesund ist. Da sind alle versonsten. Ja? jetzt kriege ich jetzt die neue stufe ok das ist schon mal ein fettes schlachtfeld dann räumen wir auf so viel schroth money war die kampfmaschinen die werde ich verschaffen und schroth money übrigens habe ich alt zauber die stern keine chance und kroni an meiner seite mehr maschinen vernichten natürlich mehr kleiner da gibt ja keine chance die falschen krone haben wir ausgeschalten das ist noch ein falscher krone äh es ist eo wii schaden mein krone den falschen krone erledigt gute arbeit bald wir da die nächste stufe erreicht haben da ist ein fettes ding wir speichern bevor mich das snappt wieder ja auch meine kraft runter wie du dann habe ich ein beschädigtes albschwert in mein knie bekommen warum greifen die fliegen diese dinge nicht an aber nicht schaum jetzt die kampfmaschinen hat uns noch nicht entdeckt das ist schon mal gut ich muss mich mit meinem albzauber verfehlen ich setze das wein nein warum müsste ich gerade nichts einsetzen schelle und hier hat man die stellung für mich was haben wir hier drinnen versteckt wenn sie auf wenn sie auch auf wenn sie jetzt eine wir kaufen auf 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 und auf siehst du hier oben hängt was krone ich wollte den ästen verloren da haben wir noch ein paar leichen sind doch tot oder der keine aufgeräumt hat ich sehe den feind ich denke dass sie mitmischen kann ja alles erledigt und was willst du mir damit sagen kein grund angegeben wolltest du mir nur diese steine zeigen positiv das ist ja fast menschlich von dir eine legendäre waffe hier warum greifen die monster die nicht an was wir gar nicht mach du mal krone ich blute in der zwischenzeit hopp ich hab sie schon sehr gelockt ich hab's gesehen der hat gewackelt da wackelt auch wieder einer das ist wieder eine wackelmission ist die kalt kleine drohne ist das fette teil da drüben nein nur büsche ich weiß nicht warum ich den blizzard nennen sollte das haut doch viel mehr rein und schon kampfgrunden dwell ja kone gewinnt was wollen wir sehen? einer will in der chroniklinieanlage zittern muss wohl das nicht passen da fliegt schon wieder ein sturmvogel rum sind wir trocken? dann trifft es nicht machen wir das nervige DIN weg mal die Punition attackiert so schätze er ist oh kleinen Schrott weghauen was kriegen wir da eigentlich oh da ist der große Fette ist das ein Schrein? oh nein eine Windgrüße das gefällt mir gar nicht was ist das für eine Granate? da haben wir genau eine heilige Granate uuuuuuuuuh zack richten verdammt das muss zack 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 nicht zack schrein zack chert zack zuack oder zack Das war's fast mit meinen ganz großen Tränken. So, das ist so wenig. So, dauert's noch bis wir auf Stufe 70 sind. Getränke auch mal rentiert, ich hab wenig Heiltränke seh ich, sollte ich mir vielleicht auch welche kaufen. Uh, die fetten Kampfmaschinen machen Schaden, die sind nicht angenehm. Hübschen Loot hier unten. Ete Schock, Zeit nur... ah Mist, diese Klinge... Deine Kriter macht mir auch Schaden. Deine Mist, Kriter. Ja, Tonig hältst du schon. Ah, brauchst du gar nicht. Ah, keine Hühnerschenkel mehr. So, zu öfteren Rütschen. Wein haben wir noch viel. Nein, Wasser. Großer Elixitrank, das ist genau was wir fast brauchen. Ein mittlerer wäre, glaub ich, doch besser gewesen. Wie ist denn du eigentlich da? Wo du bist. Ah, wäre ein Punkt. Ja, wir brauchen ihn. Wir brauchen sie alle. Und er hat wieder einen Fight gefunden, das sich nach Zahlen nahm. Da ist der Schranz. Hier waren wir auch schon. Möben höre ich die unten. Pff, naja. Ah, jetzt fische los. Äh, fische los. Ach, Krone, kannst du ihn erledigen, bitte? Warte mal stehen da. Ah! Ich bin für dich. Der Strand ist so riesig. Danach nach Loot suchen ist. Hat fast keinen Sinn. Ich will das mal rein. Na, was ist das? Ich bin gleich. Das ist so verrecken. Jesus, Halst. oh oh Deck mit, oi! Ah, besser als Maschinen zu bekämpfen. Das Gebiet ist doch episch Ludwert, oder? Das, das dann längst mehr Radioaktivität ist. Diese Insel wird vielleicht was liegen, wenn es riskieren dann. Das kann man sich überall raus teleportieren. Steine, hoffen wir Steine, die ich nie ansetze. Oh man, das ist so. Oh. Ich bin schon zu müde für diesen Schwachsinn. Fünf. Fünf. Fünf, eins, zwei, sechs. Geht doch, geht doch. Geht doch. Starter haben wir bald ziemlich gut geduht. Gute Loot, Insel. Gute Loot, Insel. Ich will endlich ein legendärer Schwert machen. Ach Gott. Das ist ein Regenbogen, der ist noch nicht mal schwer zu zeichnen. Das ist nichts. Nichts. Wir retten. Wow. Ohne Ruhe. Das ist ein richtig schweres Schloss. Eins, wo ich nur nach links und rechts fahren muss. Das ist es nicht wert. Das ist es nicht wert gewesen. Ohne Leute, Jax ist hier. Und da ist mit der Elektronergie am Verlegen. Ich bin ein bisschen in der Kampf. Ohne. Nicht ein Kampf ohne. Kampfkoloss. Hm. Das gibt mir das Schwert. Ach, Coni macht das schon in der Zwischenzeit. Ohne. 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 Warte mal. Warte mal, sind da Leute auf meiner Seite? Was? Was wird ausgenutzt? Was wird ausgenutzt? Sehr schön. Das erspart mir viel Zeit. Wache. Ah, ist der Typ. Was geht, Alter? Das finde ich gut. Ich habe dir auch mal geholfen. Alles klar. Erstes Mal nicht von hinten attackiert. Gut für dich. Immer noch das gleiche hier. Ja, damit. Dann verkaufen wir gleich mal, wenn ich hier einen Händler hier habe. Zipz. Zipz. Das, was ich euch sonst erspare. Aber es wird so viel verkauft. Ja, das ist spannend. Das ist richtig spannend. Ich bin eben negativ anscheinend. Passt schon. Macht halt ein bisschen Gewinn. Für die Unterstützung war es das wert. Auf jeden Fall war es das wert. Gute Arbeit, Tim Kleriker. Ah, so viele Maschinen haben die. Und alle werden vernichtet, nur. Da hat er mal ein Verlorenator mit drin gechillt. Das ist ja krass. Chrony wird schon richten. Dann nenne ich darin, dass sie so viele Missionen in diese Richtung in Elex 1 hatten. Die Unge-Ziefer-Vernichtungs-Missionen. Ja, alles hier. Das war's. Und nun? Mal sehen. Es sind immer noch zu viele feindliche Robots in Karakis. Marakor ist verstopft mit feindlichen Robots. Wie viele Fische wollte sie mir noch entgegen schicken? Treppt sich ein, oder? Okay, fahren wir schon mal alles weg. Ja, keine Zübze. Oh, wow. Da ist noch eine Kuppe, die ich glaube. Oh, Bündnis. Uh, die werden nicht so gut gestunnt davon. Oh, das war's. Was ist das? Was ist das? Ah, da ist so viel Tod. Iris lebt hier rumzerum. Ich weiss nicht mal wo ich bin. Verdammt viel Tod hier. Komm, legendärer Loot. Wird doch irgendwo eine legitäre Loot sein. Ah, Banditen. Oder? Freunde? Dir bringe ich Manieren bei. Ich wollte doch nur fragen, ob du ein Bandit bist, Alter. Ah. Low level Banditen. Natürlich schlägt sich der Verseuchte wieder den Verlorenen wieder den Banditen an. Ich habe so viel Schaden. Da fließt gerade alles an Schaden, was es gibt. War das eine Granate? Oh, das geht auf die Augen. Menschliche Überlebenswahrscheinlichkeit im kritischen Bereich. Weil wir sie alle getötet haben. Nein? Ja. Selbstmörder. Na ja. Ja. Finde mal. Ja. Es wird gut gut da. viel gestorben. Läufer, Kräger, aber keine Bleischleuder wahrscheinlich. Keine legendäre Waffe. Kleines Zeltlager. Ah, heiltränke haufenweise. Warte mal, da war was in der Ecke. Ach, Mist. Ich hab mich kurz gefreut, dass nach einer Waffe ausgeschaut hat. Dann nur ein Bogen. Kleiner lächerlicher Bogen. Hier wäre eine Ratte gegraben, gebraten diesmal. Kleiner. Sanfte Landung im Wasser. Ich glaube, ich werde Sachen verkaufen, bevor ich hier weitermache. Roboter in Karakis. Ach, so viele. Boah, das. Wo ist denn das vor? Ich brauche Shotgun Money. Ach, so viele. Verdammt. Ich muss nicht erwarten. Hier eine Pause. Danke für das Zuschauen. Peace out. Warum? Ja, so viele.